Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Ideenfabrik. Heute eine, ja, Idee, die sogar schon ein bisschen heiß diskutiert wurde, ich glaube, als sie vorgeschlagen wurde. Die Idee. Und zwar geht es darum, dass Truppenspenden auch im Global Chat angefordert und gespendet werden können. Ja, das ist halt, es heißt zwar eigentlich Clan-Bog-Truppen, das heißt eigentlich im Clan. Ich finde aber das Konzept gar nicht so schlecht, auch im Global-Truppen spenden zu können. Ich meine, da kann man sich halt ein bisschen leichteres Achievement holen. Man kann mit einem Level höher kommen, man kann überflüssige Truppen loswerden, bevor man sie löscht. Das heißt also, man kann einem anderen vielleicht noch eine Freude tun. Und der einzige Nachte, den ich halt darin sehe, dass es halt Clan-Bog-Truppen heißt und man halt im Global-Chat Truppen spenden würde. Tja, also ich an sich spende gerne Truppen, auch wenn es nur Barbaren oder Brummschützen sind. Ich meine, wenn man im Global anfordert und requestet und sich dann darüber beschwert, dass man Barbaren bekommt, sollte man nicht unbedingt tun, weil dann ist es eigentlich scheißegal, hauptsache man bekommt überhaupt irgendwas. Gerade halt, wenn man wirklich in der Nacht ist, in irgendeinem Clan ist, der halt nicht aktiv ist, so wie Darks Army oder keine Ahnung, wie viele andere Clan auch. Und dann halt wirklich Truppen bräuchte, Clan-Bog-Truppen. Dann wäre es halt wirklich ganz cool, wenn man halt im Global anfragen könnte, gibt immer nette Leute, die irgendwas zu verschenken haben. Gibt sie immer. Überall gibt sie sie. Zu jeder Zeit. Zumindest was die bedingenden Truppen angeht. Und ich meine, da freut man sich doch selbst über 20 Barbaren, wenn man die mitnehmen kann. 20 Barbaren mehr oder weniger haben, ist doch keine schlechte Idee. Ist doch kein schlechtes Ding. Ja, das hätte natürlich zur Folge, dass im Global Chat höchstwahrscheinlich nur noch Truppenspenden vorhanden sind. Aber ich meine, ich glaube, niveaulloser als es bisher dort ist. Es macht keinen Unterschied, würde ich immer meinen. Das steht jetzt, seht ihr auch schon. Ich habe natürlich den Namen geschwärzt. Ähm, aber ja, teilweise wirklich die Gespräche von den Leuten im Global Chat, da ist es doch lieber sinnvoller, Truppenanspenden, äh, Truppenanforderungen reinzupacken, statt dass sie da weiter rumquasseln können. Fände ich keine schlechte Idee eigentlich. Ähm, aber wie gesagt, das heißt eigentlich Clan-Bog-Truppen, die sollten eigentlich auch im Clan bleiben. Aber ich hätte ehrlich gesagt keine Probleme damit, ab und zu einfach mal in den Global Chat zu gehen und ein paar tausend Bogenschützen zu spenden. Und gerade für die Leute, die vielleicht einen Spendenverhältnis haben, das ist natürlich auch doof, sollte man vielleicht nicht wirklich so einen Spendenverhältnis im Clan dazuzählen, weil man sie nicht an den Clan gespendet hat, sondern an irgendwelche wildfremden Menschen. Vielleicht gibt es dann halt für wildfremde Menschen, ein Counter gibt es dann vielleicht noch, oder halt gar keinen Counter. Und dann halt wirklich die Clan-Bog-Truppen werden nur gezählt, weil man sie im Clan selbst verspendet hat für das Spendenverhältnis. Ähm, ja, also an sich keine schlechte Idee. Ich würde es sicherlich ab und zu mal machen, um im Global ein paar Einheiten zu spenden. Kann man anderen Leuten mal ein bisschen Freude machen. Und wenn sie halt in Ruhe wollen, mein Gott, dann klickt man sich einfach zur nächsten durch und spendet dort einfach ein paar Bogenschützungen oder so. Also an sich keine schlechte Idee. Okay, aber wie gesagt, es ist, war halt schon heiß umstritten. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie war es halt heiß umstritten gewesen unter dem einen Video, wo das vorgeschlagen wurde, meiner Meinung nach. Und, ähm, tja, gerne mal eure Meinung dazu. Würdet ihr es toll finden? Würdet ihr vielleicht mal öfter im Global Chat vorbeischauen, wenn euch Leute die ganze Zeit Einheit spenden könnten, wenn ihr in keinem aktiven Clan seid, der euch das gerne spenden möchte? Dann gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's gewesen. Global Chat-Truppen spenden die Idee. Okay, finde ich an sich nicht schlecht, aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen... Wenn man sich ist, ist es ganz shit, die Idee eigentlich nicht. Nö. Ja, vielen Dank, Zuschauer, eure Meinung gerne in die Kommentare. Ciao, Leute.